Also, man sollte sich ja nie zu früh freuen. Ihr wisst schon, dass ich für Kernen eine Wahlanfechtung mache. Also, an alle, die irgendwie etwas mitbekommen haben, was nicht in Ordnung war im Zusammenhang mit der Wahl, lasst es mich wissen, hinterlegt es mit den Beweisen und lasst es mir hier zukommen. Dann packe ich es in die Wahlanfechtung noch mit rein. Gebt noch nicht auf, die Wahlanfechtung ist ein wichtiges Rechtsmittel und alles, was wir jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Tagen noch zusammenbringen, bekommt Substanz. Irgendwas hat ja da nicht gestimmt. Also, wir machen das Wunder von Kernen.